jawohl leute herzlich willkommen zurück zu prey da das hier kein race game ist ein bisschen die facegamern passen glaube ich ne wir old tribes jaja jetzt geht es weiter hier bin schon da völlig raus weil ich das länger nicht mehr gespielt habe aber ja gut wir gucken mal ist die verwirrung gleich wieder komplett hier auch jetzt hier einfach mal lang ich kriege fast auf den sack wo wer meine tasse kaffee ist im weg wer schießt hier auf mich oh ne du sack hast dich ausgeschossen hier mal gucken hier ich muss ja sicherlich hier runter stückchen für stückchen ach du schande das ist eine karte ja 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 gelitten ja energy ist ziemlich low das ding hat ja gleich noch ein granatwerfer mit drin ok muss auch erst mal rausfinden holy shit was mich zufrieden tut mir das weh oder ich bin mir wieder komische vor ort hier er geht doch sicherlich gleich wieder richtig dick die poste ab möchte ich meinen sicher ich hab da was gesehen wir gehen uns wieder in die fliegerei hier ja okay dann lass mal was sehen ja 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 Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. junge 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 so von da kam ich raus die einzige möglichkeit ich habe dieses ding zu verlassen ist dort eigentlich nur exit shuttle da schießt schon wieder einer auf mich ich bin der held vom erdbeerfeld schießt euch so lange alle zu brei gebt meine freundin frei oder so ja super da geht es nicht weiter oder was klasse ja ich sehe da was ihr seht hoffen dass das alles klappt ja meine energy energy ist ziemlich low geht er durch jetzt hier die tür auf nee geht sie nicht aber da ging da oben das dach auf und jetzt kann ich da hoch fliegen anscheinend holy shit Tja, da landen wir doch hier auch. Immer dahin, wo die Gegner herkommen. Display kaputt. Radio. Hütte zu. Junge, Junge, Junge. Hm, okay, dann ist hier halt nix. Hm. Ja, gut. Aber die anderen sind irgendwie zu mit so einem Schutzschild, ne? Also bleibt mir nur noch der hier. Okay. Okay. Dann. Hm. Nur gut. Oder auch nicht gut. Ich drück einfach mal. Äh, ja. Okay, in diesem Modus kann ich da nix machen. Das bringt mir ja nix, ne? Das aktiviere. Öffnet sich dann irgendetwas hier? Dann komm ich ja auch nicht raus hier, ne? Okay. Das macht offenbar keinen Sinn. Auch wenn's tendenziell geht. Da gibt's ja wieder irgendeinen komischen Trick. Nix zu sehen, ne? Verkennst du das da? Ah. Achso, ich komm hier rein. Alles klar. So geht das. Okay. Aber die Türen hier sind verschlossen, ne? Ja. Temporale Phasenanalyse. Hm, ja. Meine Trägen. Bringt mir nix. Ich schau mal hier mal. Temporale Phasenanalyse. Hm. Oder muss ich wieder irgendwie ganz dämlich zurück? Und weiß davon nur noch nix. Nix. Auch wieder was öffnen. Hm. Tja, was soll das hier werden? Was soll das geben? Hier oben durchfliegen? Nee, komm ich gar nicht hoch. Dann sackt er dann wieder ab, ne? Ah, ich kann das aufschießen. Interessant. Oder sah das nur so aus? Nee, ich kann das irgendwie aufschießen. Steuerung hier. Was hat das für ne Bewandtnis? Ich verstehe es nicht. Komplikated things. Ja. Da geht zum Beispiel nur so'n Blitz durch, ne? Ich hab da durch so'ne Tür geöffnet. Nö. Hm. Tja. Was machen wir denn da nun? Was machen wir denn da nun? Ich kann mal versuchen, ob ich zurückkomme. Offenbar nicht. Okay. Also muss ich irgendetwas hier machen. Ich hab das Sustern hier. Ich hab das auch nicht, ne? Okay, also kaputt krieg ich diese Dinger nicht, ne? Kann ich sie mit diesem Traktorstrahl irgendwie lehnen hier? Diese Dinger. Ah, in der Tat. Das geht. Okay. Muss ich die woanders reinschieben, oder muss ich die einfach nur rausziehen? Zieh sie einfach mal nur raus. Lass sie fallen. Das scheint mir tendenziell gerade richtig zu sein. Boah. 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 ich hab's gerade schon mal gesagt ich hab meine liebste frei, bis dahin schieße ich mich alle zum rei ich mach den abgang jetzt haben wir den letzten auch noch hier das kann ich hier oben doch raus, ja? alles klar so läuft der Hase heute tja, da lang oder da lang ich flieg erstmal hier durch das ist so ne gute Idee war na wir werden sehen Dio-Organic Breach Areas ich guck erstmal nochmal den anderen Weg wofür könnte ich hier jetzt rasten? hm hm aber hier geht's auch gar nicht lang hier ist die Bude zu, ne? ok die Wegfindung ist dann jetzt also doch einfach ja, wollen wir mal gucken was uns hier jetzt noch erwartet ich speichere hier mal zwischendurch was hat er mit Feuer? tja das sind sowas wie Bienen hier dann schießen wir uns erstmal nur den Weg frei oh hier stehe ich nicht oh gut vielleicht geht da das Ding da mal auf oder so ne geht nicht auf also irgendwas müssen wir hier machen was zu stören hm finden wir das noch raus in dieser Folge? wer weiß das schon so genau? ah wir können uns ja den Wichs zwei machen alles klar cool hey es ist diese Leute wieder? die Priester ist wartet wer ist diese Priester? warum die die sehen sehr menschlich aus und sprechen mit uns und sind freundlich das ist interessant Tja, Leute, dann freut euch auf die nächste Folge, so wie ich auch. Das wird noch richtig interessant hier, das Spiel, glaube ich. Ja, bis dahin, macht's gut oder besser.